Lena und Linus im Laberland. Heute die Pilotfolge. Ey, jo, was geht? Hallo. Hey. Hi Leute, wir sind Lena und Linus und eigentlich machen wir Musik. Ja. Aber für die nächste Zeit haben wir uns überlegt, ob wir nicht ein bisschen längerformatig einen kleinen Podcast machen. Ja. Und warum haben wir uns das überlegt? Also es war einfach eine kleine Schnapsidee, die wir hatten. Ja. Also schon lange, aber immer so, nee, keiner braucht mehr einen Podcast. Aber jetzt dachten wir, es ist Weihnachten, es ist die Adventszeit und wir machen einfach ein paar kleine Folgen. Ihr kennt uns ja, wenn ihr uns kennt, nur aus unseren Songs oder kleinen TikToks oder Interviews. Und irgendwie finden wir es schön, wenn wir mal ein bisschen mehr Zeit und Raum haben, Dinge irgendwie deeper anzusprechen. Wir gehen rein. Hi, wir gehen rein. Ja, Leute, Laberland heißt der Podcast. Ja. Erstmal ein komischer Name, würde ich sagen. Lena, was hat es mit Laberland eigentlich auf sich? Ja, auf unserem Album, was im März kommt, wird ein Songlauf sein, der La La Land heißt. Und was macht man in Podcasts? Man labert. Damn. Wow, deep. Ja, Leute, Laberland, it is. Und ja, ich habe mir auch gedacht, jeder Podcast hat einfach sehr komischen, also ganz dummen Namen. Ja. Also, wir wollten eigentlich was Seriöseres haben und dann waren wir so, nee, warum? Ist so, Podcast-Namen sind einfach sehr verspielt und deswegen finde ich das voll in Ordnung. Okay. Laberland. Ja. Mit Lena und Linus. Ja. Wir sind heute alleine, wir haben für die nächsten drei Podcasts schon Gäste geplant, die auch was mit Musik zu tun haben und das wird ganz schön, wenn man so ein bisschen drüber schnacken kann über Erfahrungen, die man gemeinsam gemacht hat, so beim Mucke machen oder Konzerte spielen. Ja. Und da bin ich ganz gespannt. Ich auch. Auf die Leute. Haben die anderen auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das wird lustig. Voll. Für unsere Folge zu zweit haben wir uns noch was ausgedacht und zwar haben wir euch gesagt, ihr könnt uns Fragen per Sprachnachricht schicken und da hören wir später auch noch rein. Aber erst wollen wir euch noch ein kurzes Live-Update geben. Live-Update. Ja, gerade viel zu tun, oder? Ja. Finde ich. Auch. Auch irgendwie schon, ja. Wir haben letzte oder vorletzte Woche in Berlin unser Album fertig gemacht. Die letzten zwei Songs, wir haben die letzten Vocals dafür eingesungen. Jetzt ist das Ding irgendwie fertig und liegt in der Dropbox. Ey, so krass. Ist so krass. Ja. 14 Songs. Ja. Ein Projekt und alles ist fertig. Ja. Alles ist fertig. Wie fühlt sich das an für dich? Finde ich sehr crazy, dass wir so viele Songs auf einem Projekt haben. Ich meine, wir haben nur in EPs gearbeitet. Ja. Waren immer sechs. Ja. Und ich finde, also wir sind gerade dabei, so die Reihenfolge von den Songs zu erarbeiten. Ja. Und das finde ich schon dann auch schwierig bei fucking 14 Songs. Ja. Aber ich finde es sehr toll. Ich habe jetzt ein paar Abende gehabt, wo ich mal so durchgehört habe und ich finde es sehr schön, wie wir von Demos jetzt mit Tim dann zu dem gekommen sind, was es jetzt ist und wie es jetzt klingt. Ja, finde ich auch toll. Und ich freue mich doch einfach. Ich freue mich auch toll. Ja. Ja, und gleichzeitig Tour. Tour de France, sage ich immer. Tour de France. Auch wenn es in Deutschland ist und Österreich und Schweiz. Ja. Tour Vorbereitung laufen, bald Probe. Ich freue mich auch sehr. Und ja, wir sind auch zu viert auf der Bühne diesmal. Ja, kleiner Sneak Peek. Sneak Peek. Spoiler. Ja. Zu viert. Das wird toll. Ja. Nee. Deswegen ist es viel los gerade. Wir müssen noch ein paar Musikvideos drehen. Ja. Und Sachen machen, aber dann ist auch bald Weihnachten. So, und wir wollen ja einfach ein bisschen in uns gehen, besinnlich werden, uns weihnachtlich fühlen. Deswegen finde ich es auch schön, dass wir uns einfach jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um zu schnacken. Ja. Und ja, was war das Geilste, was du letzte Woche oder diese Woche eingekauft hast? Eingekauft? Hattest du so ein Highlight? Ich glaube, ich war noch nicht einkaufen, seitdem wir hier sind. Und ich habe mich immer irgendwo durchgeschnurrt oder mal auswärts essen. Was hast du eingekauft? Ich habe mir mal wieder saure Gummibärchen gekauft. Oh. Die Trollys, saure Würmer. Ja, die habe ich ja auch halb auch selbst aufgegessen bei dir. Das war toll. Ja. Und ich habe mir Walnussbrot gekauft. Weiß nicht, ob ich das mag. Das ist wirklich auch sehr toll. Okay. Da sind so ganze Walnüsse drin. Und dann hast du immer so nussig. Und das esse ich gerade auch jeden Tag. Und das war eine gute Investition, würde ich sagen. Und was machst du da drauf? Du, ganz unterschiedlich. Manchmal halt einfach lazy, ein bisschen Buddha und Spiegelei. Das ist doch nicht lazy. Naja. Das ist ja viel Aufwand, ein Spiegelei. Oder manchmal auch ein Sandwich. Oder einfach klassisch Brotzeit und Gerupfen drauf machen. Oberster. Angemachter, wie man hier sagt. Angemachter. Ja, stark. Und dann, aber da lasse ich mich nicht lumpen. Dann schneide ich mir auch kleine Zwiebelchen und dann Paprikapulver und Salz noch drüber und so. Nicht schlecht, ey. Also ich mache den Oberster und nicht selbst. Aber ich schmecke mir den aus. Sehr gut. Mag ich. Ja. Und du hast nichts eingekauft. Nein. Classic, bro. Ja. Aber was ich dich fragen wollte. Du warst letzte Woche beim Mario Kart Wettbewerb. Was war das? Wie kam es dazu? Und mit wem warst du da? Und was ging ab? Ich habe immer nur so Fotos bekommen. Ja, wir sind jetzt im Halbfinale. Oh, wir sind jetzt im Finale. Ja. Das war toll. Also der gute Otto Luft, also Nico und ich sind ja gerade tief drin im Mario Kart Game auf der Switch. und da ist er ungefähr jeden Abend bei mir im Spiel Mario Kart. Und mein Mitbewohner ist jetzt mittlerweile auch angesteckt und schaut sich so YouTube-Totorials an und so. Oha, auf dem Level. Also crazy. Und ja, in Würzburg gab es dann ein kleines Mario Kart Turnier, organisiert von der Sparkasse. Aber es war nicht das Mario Kart, was wir gespielt haben auf der Switch, sondern die Mobile-App, also Mario am Handy oder? Ja. Und das ist wirklich die Seuche. Das ist wirklich ganz schlimm. Weil es quasi so, also es ist halt so ein Pay-to-Win-Game. Also du kannst dir da viel Zeug einfach kaufen so. Achso. Ja, damit du mehr Punkte bekommst im Game und so. Aber dann hattet ihr eure Handys dann dabei oder? Ne, da gab es so ein iPads, 16 Stück. Okay. Und dann konnte man da Mario Kart spielen und hat immer zu acht gespielt. Und quasi jede Runde sind dann die ersten vier weitergekommen. Ja. Aus der Gruppe. Ja, und da gab es dann auch so Tischkicker und so Dartscheibe. Und wie so, kennst du WeFit? Ne, was ist das? Mit diesem Balance-Board, weißt du? Achso. Kennst du das noch? Ja. Da gab es dann auch so ein Balance-Board von irgendeiner Versicherung, wo man dann so so einen Kescher bewegen musste und so Schmetterlinge fangen musste auf so ein Bildschirm. Oh Gott, okay. Und da habe ich einfach mal glatt den Rekord aufgestellt. Ich habe 53 Schmetterlinge gefangen. Ja, mein Begleiter Nico hat das Tischtennis-Turnier da gewonnen. Auch stark. 25 Euro bekommen. Alleine dann? Also eins gegen eins? Ja. Okay. 25 Euro. Finde ich mega. Ja. Und dann ging es halt ums Mario Kart spielen. Und wir haben dann die ersten Runden hauptsächlich so Kinder abgezogen, würde ich jetzt mal sagen. Und sind dann relativ smooth durchs Qualifying gegangen. Ich habe es eine Hinrunde und eine Rückrunde. Nico war eigentlich immer erster in seiner Gruppe in der Qualifikationsphase. Ich war so zweiter meistens. Und dann stand Viertelfinale an. Lief auch ganz smooth eigentlich, gleichs Format, zwei Runden. Und dann im Halbfinale waren wir dann. Und da war Nico auch dann erster in seiner Gruppe. Ja. Ich aber nicht. Und ich war dann quasi fünfter. Fünfter? Ja. Unter allen? Ich wäre nicht ins Finale gekommen quasi. Ja. Aber andere hatten quasi genauso viele Punkte wie ich. Achso. Und dann haben wir nochmal so ein Stärchen gemacht. Nur drei gegeneinander fürs Finale. Und da bin ich dann erster geworden. Aber war auch meine Strecke. Joshis Piste. War kein Problem. Aber es ist schon anders als auf der Switch. Ja, es ist mega beschissen einfach. Weil du kannst nicht beschleunigen oder bremsen, sondern du lenkst nur so. Das ist wirklich ein blöder Schmarrn. Und auch so, wir haben dann online mit den iPads gespielt. Und es gab immer so Connection-Probleme und so. Okay. War mega kacke. Aber dann waren wir im Finale, Nico und ich. Und da haben wir mega verschissen. Und sind so siebter und achter geworden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deswegen für uns kein Podest. Und auch kein Geld. Weil es ging irgendwie so um 300 Euro für den ersten Platz. Das ist schon crazy. Ja, ich hätte den mal besser gemacht, ey. Ja. Ja, okay. Aber das war cool. Ich hätte lieber auf der Switch gespielt, wenn mir das mehr Spaß macht. Ja. Aber es war eine gute Erfahrung. Und ich habe den Schmetterlings-Rekord gemacht. Und habe dafür nichts bekommen, außer einen Ingwer-Shot. Einen Ingwer-Shot? Aber das ist doch mega. Ja, ich finde es ein bisschen frech auch, würde ich sagen. Okay. Naja. Mario Kart. Das hat mich jetzt noch interessiert. Ich habe nur diese kryptischen Fotos bekommen. Okay. Ja, das war auch ein relativ kryptischer Tag. Und es gab Hot Dogs und die waren mega lecker. Weil das Brötchen war so auch so gesteamt. Es war so richtig weich. So, Leute, 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 ihr habt uns ein paar Fragen geschickt. Und weil wir heute keinen Gast haben und niemand, der hier mit uns sitzt oder hinter der Couch sitzt oder so, haben wir uns überlegt, ob wir einfach euch alle einladen. Auf unsere Couch. Ja. Und wir haben unseren Broadcast-Channel gefragt, ob ihr nicht uns Fragen senden wolltet. Und das habt ihr getan. Und deswegen würden wir jetzt einfach mal durchstarten. Der ist Fragekram von Sof. Reicht ihr in dem Lied Emilia eine bestimmte Person an? Oder steht Emilia stellvertretend für verschiedene Personen in eurem Leben? Oder vielleicht auch für etwas anderes wie ein Gefühl? Gute Frage. Wir haben einen Song, der heißt Emilia. Oder Emily, wie viele Leute nennen. Ja. Also es gibt eine witzige Geschichte, warum Emilia? Magst du dir kurz erzählen? Ja. Wir haben jemanden kennengelernt. Und das war in einem Kontext, wo man quasi Namensschilder hatte. Und da stand in meinen Augen Emilia drauf. Und dann haben wir die Person eingeladen und gesagt, ey, man lernt sich da am ersten Abend erstmal so ein bisschen kennen. Ja. War in so einem musikalischen Band-Workshop-Kontext. Kontext. Und da habe ich gesagt, ey, Emilia, komm doch ran, setz dich gern zu uns. Und da war die Person nicht so begeistert von, weil sie dann gesagt hat, ich heiße Emily. Und dann, ja, dann saßen wir irgendwann nachts noch im Proberaum und haben uns gedacht, aber Emilia ist ja eigentlich ein schöner Name. Emily auch, ne? Emily natürlich auch. Nicht, dass jemand falsch versteht hier. Aber Emilia hat sich dann irgendwie gut singen lassen. Und dann haben wir im Proberaum an dem Abend einfach noch den Song geschrieben. Und da waren wir noch nicht Lena und Linus. Nee. Das war der erste Song, den wir zusammen geschrieben haben. Ja, und dann haben wir einfach ein bisschen Jam-Mucke gemacht und da ist der Song entstanden. Und das war der erste Song, den wir zusammen geschrieben haben. Und auch der erste Song, der zusammen rausgekommen ist. Ja. Und deswegen steht der Name Emily schon für eine ganz bestimmte Person in seinem Leben. Aber dafür ist das Lied nicht. Aber genau, es geht eher um ein Gefühl. Ja. Und mehrere Personen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Danke für die Frage. Wir gehen rein mit Mias Frage. Mia. Hallo ihr beiden. Hallo. Heute, wegen dem, was ihr in dem Podcast geschrieben habt, wollte ich euch mal fragen, ob man denn vielleicht an der Musikrichtung, ob das lauter oder leiser ist, ob man da vielleicht erkennen kann, von wem es vielleicht mehr ist. Also aus der vom Leben. Falls ihr versteht, was ich meine oder wie ich das meine. Also ob man zum Beispiel in ruhigeren Liedern merkt, ob es vielleicht von Lied aus Leben ein bisschen mehr ist oder halt von Lena. Und ja, und ich wollte auch nochmal sagen, dass ich euch ganz, ganz doll mag und ich mich schon mega, mega doll freue, euch bald hoffentlich wiederzusehen. Tschüssi. Ich freue mich aufs Album. Tschüss. Mia. Tschüss. Das ist ja eine wilde Frage. Allafte Verschwörungstheorien bleibst hier. Ja. Also ich sage mal so, wir verstecken uns ja gerne dahinter, dass wir ein Duo sind. Das ist unser großer Vorteil. Schon praktisch auch. Das ist dann immer so, nee, das geht nicht um mich, das geht um Linus. Ja. Deswegen können wir da jetzt kein großes Geheimnis lüften, sonst geht das verloren. Ja. Also ich sage es safe. Die ruhigen Lieder bin nur ich. Und alles, was Drums hat, bist du. Das kann man so klar trennen, würde ich sagen. Okay, ja. Okay. Also unsere Perspektiven sind ja auch immer ein bisschen verschmolzen in den Songs. Es nützt sich. Und deine Erfahrungen und meine Erfahrungen sind da irgendwie oft zusammengebacken. Ja. Deswegen Mia, so gern ich diese Verschwörungstheorie bestätigen würde, können wir das leider nicht tun. Nein. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Oder vielleicht doch. Okay, wir gehen weiter in den Fragen. Ihr habt uns wirklich sehr viele Fragen zugeschickt und das ist richtig, richtig lieb. So. Hannah fragt. Hi zwei. Meine Frage wäre, welchen Song würdet ihr hören, wenn ihr nur noch einen Song für den Rest eures Lebens hören dürftet? Und warum würdet ihr den wählen? Ganz liebe Grüße. Grüß, Lies. Also, ich habe einen Song entdeckt dieses Jahr. Und ich wette es, er ist die Eins auf meinem Spotify rappt, weil ich kann ihn nicht tothören. Und der heißt Covering Faces von Carly Hansen. Den habe ich dir auch schon gezeigt. Und ich werde einfach nicht müde von dem Song. Ich finde den so gut. Und ich höre den so oft. Deswegen glaube ich würde den wählen. Also, ein ganzes Leben lang ist natürlich lang, aber. Okay, crazy. Fühlt sich richtig an, zu diesem Song zu committen. Ich sage Rockman von McGee. Einfach, weil ich, also die neue Single, einfach, weil ich die noch nicht so oft gehört habe. Ich habe nur gar nicht gehört. Und ich glaube, wenn man so eine Lebenszeit mit einem McGee-Song hat, dann versteht man auch irgendwann, was er einem sagen will. Und dann kann man da auch mitsingen. Also, so ein kleines Rätsel. Genau. Und dann kann ich rätseln und mir Gedanken machen und gleichzeitig natürlich auch noch viben, bro. Ja. Deswegen Rockman von McGee. Aber du hast gerade Rap schon angesprochen. Was wären die Top 3 Songs oder Artists in deinem Rap? Was denkst du? Top Artist wahrscheinlich Billy Alish. Ja, neues Album gepumpt halt, wie eine blöde. Biba Doobie. Neues Album gepumpt halt, wie eine blöde. Neues Album und ich höre, also wenn ich eine Zugfahrt habe, wo du nicht dabei bist, dann höre ich immer Biba Doobie, Bitopia Album durch. Das ist einfach perfekt für das Zugfahren. Und Platz 3 weiß ich gar nicht so genau. Weil jetzt den Song von Carly Hansen, dann macht sie wahrscheinlich trotzdem nicht zur meistgehörten Artist. Paula Hartmann vielleicht? Habe ich auch viel gehört. Neues Album gepumpt wie eine blöde. Ja. Die drei Queens. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was das wird. Das wird auf jeden Fall die neue Gast-EP in irgendeiner Form auftauchen. Shout out on the Jungs. Weil ich einfach nicht so viel Musik gehört habe dieses Jahr. Ja. Und jetzt das relativ intensiv pumpe. Aber natürlich auch McGee, was jeder dieses Jahr entdeckt hat. Eine Offenbarung hatte. Ja. Die Genre habe ich ja auch viel gehört. Aber ja, ich weiß es nicht so genau. Ja, du hast echt nicht so viel Musik gehört. Nö, werden wir sehen. Werden wir sehen. Aber ich sage, Soft-Punk von Gast auf die Eins. Mhm. Obwohl das jetzt halt erst. Echt, obwohl das jetzt erst? Ja, das kann schon sein. Das ist eine kleine Obsession am Laufen. Ja, der gute EP einfach. Gute EP. Ja. Ja. Und wahrscheinlich halt auch einfach irgendwie Drei-Frage-Zeichen oder Heinz Strunk oder so. Geht das mit drei, ist das nicht so als okay. Leos, also unser tourmännisches Top-Artist auf Spotify ist Heinz Strunk. Boah. Einfach, weil er so viele Hörbücher hört. Okay. Das ist witzig. Deswegen, da wird wieder was Gottloses dabei sein. Aber so muss das ja. Gute Frage, Hannah. Gute Frage, Hannah. Weiter geht's. Hier haben wir noch eine Frage. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Vinicius und möchte wissen, welcher Song von euch gefällt euch am wenigsten. Liebe Grüße aus Brasilien. Tschüss. Hey. Liebe Grüße zurück. Liebe Grüße nach Brasilien. Das ist ein sensibles Thema, weil wir wollen niemanden nur fänden, der die Songs mag. Aber, was ist es? Also wir hatten ein kleines Problemchen mit dem Song Grünne Nikes. Aber nur Hear Me Out, weil der uns live nicht mehr so viel Spaß gemacht hat in dem Gewand, wie wir ihn gespielt haben. Deswegen würde ich den sagen. Aber deswegen haben wir auch was Neues für die neue Tour geplant, die im März ist. Und spielen den da ein bisschen anders. Und jetzt macht er auch wieder Spaß. Ja. Deswegen würde ich aber denen sagen, glaube ich. Ja, ich auch. Grünne Nikes. Oder gibt es noch irgendwas? Ne. Ich sage wahrscheinlich. Es gibt schon natürlich Lieder, die man... Also Grünne Nikes ist halt auch eine unserer ältesten Lieder. Ja, den würden wir so... Und man hat sich vom musikalischen Geschmack natürlich auch einfach ein bisschen weiterentwickelt. Und es hat sich spezifiziert, was Lena und Linus so ist oder sein kann. Ja. Und ich glaube, ich finde Text immer noch cool so, aber ich glaube, musikalisch würden wir das einfach ein bisschen anders umsetzen heute. Ja. Textlich wahrscheinlich auch. Textlich wahrscheinlich auch. Aber es ist ein süßer Sohn. Ja. Ja. Deswegen... Ja, und Grünne Nikes wahrscheinlich. 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 Ja. So, Leute. Danke für eure Fragen. Danke für eure Fragen. Es waren jetzt vier Stück. Ihr habt uns noch ganz viele gesendet. Es war übrigens sehr schön, mal eure Stimmen zu hören. Safe. Man kennt ja so ein paar Insta-Usernames, weil ihr ja dann öfter kommentiert und so, aber die Stimmen dahinter zu hören, war süß. Voll. Ja. Und ich würde sagen, die anderen Memos, die wir noch so rumfliegen haben, die werden nicht in Verlorenheit geraten, sondern die können wir ja bei anderen Folgen vielleicht auch einbauen. Ja. Und das wäre wahrscheinlich ja eh der Plan, dass wir Leute fragen, ob sie nicht an unseren Gast, unsere Gästin Fragen haben. Ja, sehr. Voll. Deswegen, danke fürs fleißig mitmachen. Ja. Und ja, jetzt ist einfach bald Weihnachten dann auch. Ja. Was wünschen wir? Ich wünsche mir eine Bahncard. Das ist immer geil, weil dann, die läuft am 23.12. aus und am 24. kriege ich eine neue. Beste Leben. Das ist sehr gut. Ich wünsche mir eine neue Unterbuchsen, weil, ja, naja, braucht man halt. Vielleicht ein paar neue Socken, weil ich habe immer zwei unterschiedliche Socken an, wie man hier auch gut sieht. Kommen wir auch von der Länge einfach sehr unterschiedlich. Ja, aber gleiche Farbe zumindest gepickt. Naja, das ist eher so bläulich. Okay. Und, äh, eine gute Zeit wünsche ich mir. Du wünschst dir eine gute Zeit, ey. Ich wünschst dir ein gutes Essen. Also, ich war letztens ein paar Tage hintereinander in einem Hotel und beim Frühstücksbuffet gab es einen Entsafter. Und ich fand's krass. Ich habe da meine kleinen Möhrchen rein, meine Äpfel rein, Ingwer rein und ich war so on the edge zum Krankwerden und ich bin nicht krank geworden und ich glaube, es lag an meinem Saft. Und ich möchte jetzt einen Entsafter und ich hoffe, dass ich ihn nutze, also ich hoffe, dass ich ihn bekomme, dann hoffe ich, dass ich ihn nutze und dass ich ihn schön sauber mache, weil, ähm, ich glaube, das ist schon auch eine Sauerei. Aber dann können wir auch so grüne Säfte machen und so. Checkst du? Checken. Ja. Das ist kein spaßiges Weihnachtsgeschenk. Aber eine Bahnkarte und Unterhose. Ja. Leute, ey, das war die erste Folge mit euch. Ja. Schön, dass ihr eure Fragen eingesendet habt. Wir sind Lena Dinos und das war? Laberland. Moment. Schaltet nächste Woche ein, ähm, da haben wir einen Gast dabei, der selber Musik macht, der selber ultra durchgestartet ist und, ähm, seid ganz gespannt. Wir kündigen im Broadcast Channel an, wer das ist. Ähm. Ja. Wir freuen uns doch. Schaut doch da auch mal rein. Schön, dass es sich eingeschaltet hat und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.